Let's go! Früher vs. Heute! Singen! So Schüler, heute ist der Fabian dran mit dem Singen. Kannst du uns bitte was vorsingen? Okay, was soll ich denn singen? Backe, backe, Kuchen! Du weißt schon, was ich meine, oder? Okay, Herr Axelkracher! Backe, backe, Kuchen, Donbäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. So, der Mehmet ist heute dran. Kannst du uns bitte was vorsingen? Oh, was soll ich denn singen? Backe, backe, Kuchen. Kann ich dann wenigstens die neue Version singen? Hä, welche neue Version? Ich zeige es Ihnen. Beginn bitte mit Backe, backe, Kuchen, Donbäcker. Backe, backe, Kuchen, hat der Bäcker mich gerufen. Was will er von mir? Ich will nicht backen, sondern essen auf seinen Nacken. Stopp, Mehmet, so geht das doch nicht. Doch, das ist eine neue Version. Nee, 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 hör bitte damit auf. Okay, Spaß. Wer will viele Bitches haben, der muss haben sieben Sachen. Numero uno, Geld, denn Geld regelt die Welt. Beim zweiten Platz ein freshes Outfit, wichtig für einen guten Auftritt. Man will gut riechen, Parfum, wenn Mädchen liegen. Schmuck ist auf dem vierten Platz, wichtig, Diamantbesatz. Bis zum nächsten Mal.